Gunter Interior. Eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Innenausbau. Mit über 360 Mitarbeitern und zufriedenen Kunden in aller Welt. Erfolgreich durch Know-how und Leidenschaft. Das Schöne an meinem Beruf sind die großen Projekte von tollen Firmen, wo es eben aufs kleinste Detail darauf ankommt. Und da kann man nicht seine Leidenschaft ausleben, auch gerade als gelernter Schreiner. Die Vielfalt, die der Job mit sich bringt, die macht mir sehr viel Spaß. Als ich den Wunsch geäußert habe, hier bei Gunter Interior, dass ich gerne ins Ausland möchte, dann ist man mir sehr offen entgegengetreten und hat mich da in die Hand genommen eigentlich und das hat alles reibungslos funktioniert. War wunderbar. Jetzt wohne ich in den USA. Also es ist echt der Hammer, wenn man in Manhattan die Fifth Avenue lang geht und ja, dann sieht man Louis Vuitton, Burberry, Mont Blanc und die haben alle Bier gebaut. Also es ist echt, da ist man schon stolz. Hallo, ich bin Katja, mittlerweile seit acht Jahren als Projektleiterin bei Gunter Interior tätig und Mutti von zwei Kindern. Ich bin jeweils nach einem Jahr Elternzeit wieder in meinem Beruf zurückgekehrt, arbeite mittlerweile 50 Prozent in Teilzeit. An drei Vormittagen habe die Nachmittage komplett für meine Kinder reserviert. Gunter Interior ist da extrem flexibel und kommt einem entgegen. Unser Bürogebäude ist 100 Jahre alt, war eine alte Spinnerei und wurde aufwendig renoviert. Hat einen loftähnlichen Charakter, ganz offen gestalten. Man kann ganz viel Geschichte noch ablesen und hat richtig Charme. Ein Bauleiter bei Gunter Interior bereitet kurz vor Baubeginn die Baustelle vor, ist dann auf der Baustelle, koordiniert die Gewerke und stellt sicher, dass die Wünsche des Kunden und der Anspruch von Gunter Interior auch wirklich vor Ort realisiert werden und er ist eigentlich der Kapitän einer sehr eingeschworenen Gemeinschaft. Das Schöne als Bauleiter bei Gunter Interior ist die Abwechslung, die Kurzlebigkeit, intensive kurze Baustellen und dann wieder eine Ruhephase, wo Zeit für die Familie ist. Das Schöne allgemeine ist auch die regelmäßigen Erfolgserlebnisse, wenn dann also so ein Laden fertig ist, dass man da vorsteht oder da durchläuft und sagt okay, das ist jetzt geschafft, das ist mit meiner Hilfe entstanden und auch später, wenn man dann wieder in die Städte reist, dass man sagen kann hier, da war ich dabei. Ganz ehrlich war es ganz schwierig am Anfang, als ich hier gekommen bin. Ich hatte kaum kein Deutsch und meine deutsche Lehrerin bei der Firma, sie hat gar kein Wort Englisch. Aber weil ich so nette Arbeitskollegen hatte und die so viel Geduld haben, habe ich schnell Deutsch gelernt. Ich wohne in Freiburg und Gunter Interior ist in Wahlküch und das ist nur 20 Minuten mit dem Zug. Also ich finde Freiburg toll, es gibt immer irgendwas los, das Wetter ist am schönsten in Deutschland. Das ist alles grün, jeder fährt Rad und jeder ist immer draußen. Mein Lieblingsding auf der Arbeit, das ist immer was Neues bringt. Jeden Tag ist was anderes. Mein Name ist Bettina Zimmermann, ich bin Mitglied der Geschäftsleitung bei Gunter Interior und verantworte das operative Geschäft. Ich bin immer wieder stolz, was die Kollegen und Mitarbeiter hier leisten und auf die Beine stellen. Wertschätzung der Mitarbeiter und abholen dort, wo sie ihre Stärken haben, ist mir persönlich sehr wichtig und die Führungskräfte werden diesbezüglich auch trainiert. Der ideale Bewerber für Gunter Interior sollte natürlich Spaß am Innenausbau haben. Er sollte flexibel sein, gerne mit internationalen Themen sich auseinandersetzen. Dafür ist Englisch von Vorteil. Das ist eigentlich heute schon fast muss, glaube ich. Ich glaube, damit steht einem sehr viel offen bei Gunter. Mein Name ist Michael Gunter. Ich bin der Gründer, Inhaber und Geschäftsführer der Gunter Interior Gruppe. Wir haben 1995 zu zweit in einer kleinen Einliegerwohnung in Waldkirch begonnen. Heute haben wir sieben Tochtergesellschaften mit über 360 Mitarbeitern weltweit. Für unser weiteres Wachstum und viele spannende Projekte in der ganzen Welt suchen wir Mitarbeiter mit Anspruch und Leidenschaft. Wenn Sie Interesse an neuen Herausforderungen haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bewerben Sie sich jetzt unter www.gunter-interior.com